Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem Innovation Day von Mercedes-Benz Trucks Österreich. Wir sehen, dass die jetzt so kurz ist und die so ziemlich kurz ist. Wir sehen, dass die dann sitzen, aber wir können sehen, wie bei euch das. Schau ist das. Das ist die Zeit, Herr Minister, sehr herzlich willkommen bei der Fahrtruppe. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.